Hi ihr Lieben! Wir machen heute beim Summer Tag mit, weil heute so wunderschönes Wetter ist. Und es ist einfach so ein megamäßig warmes. Und wie ehrlich gesagt, kann ich nicht wissen, was wir sonst machen sollten. Weil der Strand ist wahrscheinlich voll. Der strappt hier nebenan. Der strappt hier nebenan. Okay. Was ist Deine Lieblings-Einsorte? Zitrone. Ich glaube Schokolade. Ja. Beziehungsweise oder Ben & Jerry's Eis. Aber das gibt mir ja noch ein bisschen an. Nein. Wir kennen uns nur Florida und so. Okay. Welche ist Deine Lieblingsfrucht? Blaubeeren. Und Pfirsiche. Ja, diese Sachen. Trägst Du lieber Flipkops an Deine oder Ballerinas? Ja. 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 Was trägst Du am liebsten auf Deinen Fuß? Nagellack, French oder lieber Nagellack? Nagellack. 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 Okay. Ja. Ja. Ich gehe ins Solarium, aber... Nur einmal die Woche. Höchstens. Ja. Beziehungsweise wird ja gar nicht. Aber ich werde auch ganz, ganz schnell im Raum wie so eine Korpusmus sind. Ja, seht ihr das? Gucken, wo ich jetzt nicht bin. Krass. Wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, treibe auf die Spanien. Ich werde auch sehen, wie er geguckt muss. Ich werde das mit erledigt. Vielleicht bin einer auch in Athen. Und dann wird es geirrt sein. Kriegst Du lieber ein T-Shirt oder Top? T-Shirt. T-Shirt. Ja. Topst Du zum Chillen, Zuhause, Schlaf, Frühling, Bühne, Wurst, Märchen, Wurst, 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 und dann muss ich noch nicht zumachen. Was ziehst Du lieber an? Lange Hosen, kurze Hosen oder Wurst? Kurze Hosen. Ja, lange oder kurze Hosen. Da habe ich immer Angst, dass ich mich so falsch hinsetze. Oder wie ein Wurst? Oder wenn man ins Auto steigt oder aussteigt. Ich weiß nicht, wie letztens passiert vor einer Shisha. Die ganzen Tüten mit Kaffee. Alles klar. Okay. Glättehaut, lieber wachsen, rasieren oder doch epilieren? Ich habe einen Epilierer zuhause und Leute kommen damit gar nicht klar. Doch, ich komme damit klar, aber es tut mir sau weh. Ja. Von Braun. Aber deswegen ziehe ich mir schon auf die Augen rum. Ich kann immer nur rasieren. Ja. Nee, wachsen geht auch nicht. Das bleibt dann krank. Oder man macht gewisse professionelle Wachsen, aber auch auf der Tür. Ja. Gehst du lieber ins Hallenbad, ins Freibad oder lieber ins Meer? Als Meer. Genau. Willkommen. So, das war's. Das war's schon. Gib einen Daumen hoch. Abonniert uns. Und bis zum nächsten Tag. Tschüss. 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 Tschüss.